Hallihallo meine Lieben und Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich total, dass ihr alle eingeschaltet habt, denn heute gibt es mal wieder ein besonderes Video. Ich mache mal wieder einen Haul. Wir waren shoppen und ihr müsst euch unbedingt reinziehen, was wir tolles geholt haben. Ich fange mal klein an. Wer meinen Kanal schon länger schaut, der weiß, ich liebe Schrauben über alles. Und jetzt habe ich mir direkt ein 100er Paket gegönnt, 11 cm lang. Damit kannst du Sachen zusammenschrauben. Das ist der Wahnsinn. Du kannst es dir kaum ausmalen. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Guckt euch die im Baumarkt mal an und jetzt haltet euch fest, ich liebe ja Gewindestangen. Und hier habe ich mir jetzt endlich eine eigene Gewindestange gegönnt. Die ist so toll. Die ist einen Meter lang und die gibt es in verschiedenen Längen, aber einen Meter fand ich einfach so eine tolle Zahl, dass ich mir die in einem Meter geholt habe. Und passend dazu, und jetzt haltet euch fest, habe ich nicht nur eine, ich habe direkt 16 Muttern dazu geholt, passend zum Set, die gehören dazu. Das ist total toll. Ja, auch da die frische Tüte einmal aufmachen, dran schnuppern, ihr fallt um. Ah, nehmt mal einen tiefen Zug. Das ist so ungefähr wie der Duschschaum Bilou. Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight. Ja, ich hatte zwar schon sowas zu Hause, aber ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen, ohne es mitzunehmen. Nämlich einen neuen Zollstock. Ich hatte zwar schon einen, der war gelb, aber ich musste unbedingt nochmal den Zollstock in weiß haben. Da kannst du so viele Dinge mitmachen. Zwei Meter abmessen und so Sachen. Ja, und deswegen, das war schon mein Haul. Mehr haben wir diesmal nicht geholt. Das Geld war leider zu knapp. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein paar Kaufempfehlungen geben. Nichts gesponsert. Ja, wir haben alles selber, weil es uns so toll gefallen hat, geholt. Probiert es mal zu Hause aus. Und? Geht? Voll nicht lustig. Vollscheiße. Ja? Okay, gut. Dann würde ich sagen, ja, Leute, wir bauen unser Studio auf. Und wir hatten ja gesagt, wir nehmen es mal ein bisschen mit mit der Kamera. Verlieren wir keine Zeit. Studio aufbauen. Wow. Wow. Ja. Wow. So, die Baustelle will sich einfach nicht lichten. Hier, Henning schneidet schon mal das Baustellenmaterial von gestern und der vergangenen Tage. Fred verkrümelt sich und jetzt geht's hier in die heiße Phase. Ich verschwinde aus meinem Loch, das habe ich für mich gebohrt. Ich will dir das Loch. Es ist ein Video-Water-Bot. Ja, Mann! Wo sind die alle hin? So, ihr Wichser, hier, wir kommen voran, ja, es ist auf jeden Fall, es ist eine Mammutaufgabe. Was soll man anderes sagen, ja, ein Studio selber bauen, ja, sollte jeder mal gemacht haben. Ja, da zieht gut aus. Da zieht gut aus. Wunderbar. 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 625 kilo sand umladen ich sag mal blut und schweiß haben wir schon gelassen die tränen kommen dann als nächstes bestimmt sie Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.